Hallöchen und herzlich willkommen zu der Runde Survival Games mit dem Mr. Cracky Hallo, ja das ist jetzt hier die Voransage, die wir nach dem Video gedreht haben Also seht ihr jetzt gleich die beste Aufnahme, die wir aufgenommen haben Aber da könnte das Gelaber dann eventuell nicht passen Aber das sollte nicht so schlimm sein und dann ja, bis gleich Bis gleich Man soll ja sehen, was hinter den Kulissen passiert, ne? Ja Ich hab nen Diamant! Äh, das bringt aber gar nichts Ah fuck, ich hab grad nen Holzschwert verpasst Ah scheiße Verpissen wir uns schnell mal, ich such mir was und dann treffen wir uns gleich einfach Ich bin genau hinter dir Ah, sehr gut Jetzt kann uns ja sowieso noch nichts passieren, du kannst einfach runterdrauten Oh, ich glaube wir laufen einfach mal in den Wald rein, oder? Ich hab die Map schonmal gezockt glaube ich, ja, ich hab die schonmal gespielt Aber ich weiß nicht wo wir sind Okay Du folgst mir denk ich mal Ja nicht Hier ist ne Kiste schonmal Ja, ist da schonmal was drin? Einen Großpanzer, warte ich hab dann So Da Danke Äh, folgst du? Und Ja, ja, dada Wollen wir sprinten, oder wollen wir nicht sprinten? Können wir machen, ich hab eigentlich genug Essen Okay Ich hab nicht so ganz viel, aber bei mir leckt es grad ein bisschen Ja, ein bisschen Warte, ich weiß nicht, mach ich gleich Shader aus, oder so Bei denen macht das mal eben Option, Shaders, none, okay Okay Jetzt läuft's besser Ist auch ein bisschen heller So, ich beschütze dich auch Ist schon aus, ne? Okay, okay Hier, ah, hier ist ne Kiste Wow, geil, ich nehm mal das Steinschwert dieses Mal, ne? Ja, okay, mach das Brauchst du den Fisch, oder brauchst du Ja, boah, eigentlich nicht Mach mal auf die Hä? Willst du kein Holzschwert? Hast du ein Holzschwert? Ja, du sollst in die Kiste gucken Ach so, ach so, oh, ja, danke Hier ist auch noch ne Kiste, wie mir grade aufgefallen ist Ach, man kann das ja kaputt, hä? Aber wie komm ich da ran? Warte, Achtung, geh mal ein Stück zur Seite Hä, lol Loll, von der anderen Seite vielleicht Hey Lol Ja, scheiße, egal Ach so, vielleicht kommt man hier irgendwo runter Warte mal, ah, hier könnte da auch ne Kiste sein, irgendwie Ah, ja, ich hab richtig gedacht Zwei, äh, hier, da Okay, tu es Äh, warte, ich, ah, von hier vielleicht Geh mal hoch und guck mal, wo hier ein paar Leute sind Oh man Okay, warte Kommst du da nicht ran? Ne, ich komm nicht ran Ähm, ich bin den Berg hoch gegangen I have seen Wenn du Essen brauchst, sag Bescheid, ich hab Essen Ich hab noch sechs Fisch Sechs Fisch Ja So Was sind denn hier welche Leute? Ich will jetzt hier mal ein bisschen Madzone Der PvP-Skits noch packen Warte, ich geh mal hier über die Bäume Vielleicht find ich hier ne Kiste, ne? Okay, ich schwimm hier glaub ich mal hoch Und Dein Gang Aber blöd, dass man hier nichts abbauen kann Ups, runtergefallen Äh, wo warst du? Wir verlieren uns grad Ja Ach da, geil, hier ist ein Doppelchess drin Kennst du diesen Trick? Auf beiden Seiten, ne? Ja, hab ich schon gemacht Ich hab ne Diamantschaufel Ist Diamantschaufel besser? Äh, ich glaub nicht Diamant, äh, Schaufel oder so ist generell irgendwie voll für den Arsch Weiß ich benutzt die mal Oder ähm, hast du volles Leben? Ja Achso, ja, hau mich mal einmal damit Ein Herz nur Ein Herz und jetzt mit nem Holzschert? Eineinhalb Ja, okay, dann nehm ich das Holzschert Ich hab äh, hätten wir noch nen Rohdiamanten gefunden wärs richtig abgegangen Ja, dann hätten wir ein Diamant Achso, ne Aber ne, dann hätten wir noch Sticks Ja, stimmt Ah, scheiße Warte mal, wo bist du? Äh, ich schwimme hier gerade hoch Du? Achso, ich klettere gerade hoch Hä? Hä? Warte mal, irgendwie verfilmt Ach, da hinten bist du Ne, ne, ich seh dich Und hier hinten ist der Chess Ich glaub du hast Schuhe über Wer, ich? Ja Ja, hab ich auch Brauchst du welche? Ja Kriegst du nicht? Okay Guck mal, jetzt hätten wir den Stock Jetzt noch nen Diamant und dann werden wir überpowered Ja, hier, geh mal bitte Äh, hier hast du ne Hose, ne Hose hab ich selber Hose hast du selber? Hast du, brauchst du Pfeile oder? Wollen wir hier runter? Warte kurz Ne, Pfeile brauche ich nicht Ich geh mal hier runter, ne Also Ich guck mal, was hier unten ist Hier Komm nicht runter, ne, komm nicht runter So, okay Loll, hier ist ein Verzauberungstisch Hast du EP gerade mal? Eh, gar nix Okay Ich komm wieder hoch Mach das Ich tue es auch, oh Okay Oh, nein, nein, ich wollt nur noch so Friedenschen machen Was? Jetzt gibt es einen totalen Krieg Totala Krieg Ähm Ähm Wo könnten hier Leute sein? Ja, ist so, ne Ein bisschen groß irgendwie Ein bisschen Da waren die Mapersteller aber auch mal ein bisschen großzügig Ja, einfach mal drauf achten, wo du hier irgendwie blitzelst Blitzel? Hier hinten, komm mal nochmal hier hin, warte Folgen wir mal bitte Leben noch sechs Leute? Ja egal Wie ich Hier runter Hier sah es nämlich cool aus, da ist so ne Grotte irgendwie Okay, können wir uns ja mal die Map angucken Hast du Minimap? Ne, gerade nicht, hab ich vorhin noch rausge... Boah Ah, hier ist Doppelchest Ja Ich nehm die rechte Seite Holsch Holsch Ey, das war meine rechte Seite Hä? Achso, oh Lo Äh, ich seh nichts und du? Nichts Oder wie? You are not allowed to move Dragon Eggs here Schade Ähm, brauchst du irgendwas? Essen oder so? Äh, ein bisschen essen vielleicht Gebe ich dir hier Alter Hä, wie viel hast denn du? Ich hab noch sechs weitere Äpfel und dann noch Fleisch und... und... So, äh Ah, hier sieht es auch gut aus? Ja, hier ist so ein Weg, dass wir in Vienland gelaufen Ah, hier ist ne Falle, hier ist ne Falle irgendwie Lol Ähm Also... Hä, lol Da geh ich? Der Server leckt Ja, ich meinte der Server, genau Also du bist bei mir in der Luft stehen geblieben Okay Gehst du noch? Äh, ich geh hier schon weiter, ne? Oh Ich falle zurück, bleib ich verloren ab Fuck, ich trau mich nicht auf die Trittplatte zu gehen Wo willst du denn? Äh, ich sag dir eben Koordinaten minus 1198 Warte, minus 1100 oder? Ja Ah, ich seh deinen Namen, ich seh deinen Namen Warte, ich komm eben zu dir Okay Hey, du musstest meinen Namen auch sehen Ja, jetzt seh ich dich Ja Holst du die Trittplatte, dann geh ich da drauf Okay, geh drauf Mach ich schon Ne, warte, ich kann ja Warte, ich geb dir eben hier Zeug Hier Warte, Brustpanzer auch mal Warte, kann man da nicht, ich geh da schnell drauf Nein Geh weg, geh weg Ich dachte, dass da irgendwie was äh Ah, hier ist ein Jump and Run Drück mal drauf Ähm Okay So Bist du drauf? Was? Ja, hab ich gemacht Äh, passiert nichts Hier ist ein Button Ah Ah, fuck Einer drückt drauf, der andere läuft Okay Dann drück Drück Okay, okay Ich kann auch selber Hey Lol Voll spät kam das erst Ah, fuck Beschäftigen wir uns mal mit dem Jump and Run Genau Ist ja auch mal was anderes Nein Ich glaub wir werden das nicht schaffen Ah, ich bin dumm Nein, fuck Geiße Boah, ich bin zu schlecht dafür Okay So, ja Oh, das kommt viel zu spät erst Hier unten kommt das ja im richtigen Zeitpunkt Ah, fuck Ey, hier ist jemand Ja, ich hab keine Sachen, ne? Ich hab den getötet Sauber Alter, hier war Hier war einfach irgendjemand ein Der war hier einfach so Einfach so Ohne zu fragen Ohne zu fragen Einfach so, Alter Dreist Boah Ähm Steinsperr Danke Brauchst du Schuhe? Ich glaub Goldsachen sind nämlich an Rüstung besser Aber ich hab keine Ahnung Äh, ja Was ja als Leder Aber als Ketten glaube ich nicht Egal, guck mal Hast du Kettensachen? Okay Warte, ich geb dir Kettenschuhe, warte Achso, du hast Eisenschuhe Du hast Eisenschuhe Achso, ich hab Eisenschuhe Achso, ich hab Eisenschuhe Ist ja geil Ich hab ne komplette Goldrüstung Sieht doch geil aus Ja, sieht geiler aus Sieht geiler aus Als Ketten oder so Geiler Ähm Wir suchen einfach mal einen Nehmen wir noch Flashlist Viele Leute noch Hier ist voll das coole So Hä? Wir haben uns wieder verloren Oh Warte Wie bist du? Ich guck, ob ich deinen Namen sehe Bleib mal stehen Loll Lauf auf diesem Weg da Weil hier geht ja so ein Weg lang Ich bin da einfach mal hingegraben Ja, warte Ich muss erstmal wieder hier ein Jump and Run aus dem Loch machen Bist du aus dem... Nein, ich seh dich Seh dich Komm raus Hier Achtung Gegner vor dir Achtung Gegner Hehehe Nein Aber ich will noch mal Jump and Run machen Ja, einmal noch, ne? So Nein Fuck Ach, ich muss noch was essen Ich geh gleich drauf Boah Guck mal wie hoch ich bin Superpelz Äh, lol Alter Richtig schwer Warte mal Bei mir ist das jetzt auf einmal hier alles stehen geblieben Bei mir auch Hehehe Äh, leckst? Nein, der Server leckt nicht Nö Sehr geil Warum bleibt noch stehen? Hast du da irgendwas gedrückt oben? Ja Okay Fuck Boah, war das knapp Unterfalle bin ich glaub ich tot Warte, dann regenerier Nein Ich hab noch ein halbes Herz Ja Scheiße Erstmal regenerieren, ne? Scheiße So, jetzt hab ich 1,5 ich habe ja dauert ein bisschen lol nicht hauen ich habe die jahre und ich habe ich mag es einfach mal ich habe manchmal die hälfte ja ich habe fall ist jetzt da oben ist bestimmt halt eine zehnfache doppelt fest oder so ich war ein doppelt das wird sein ja wahrscheinlich drei kisten sind hier oben eine dia schaufel ein bisschen was zu essen und zwei holzschwerter ansonsten ist hier glaube ich jetzt nichts okay drei chest dafür hat sich das gelohnt jetzt spring mal jetzt runter ich war okay weiter alter ich habe nicht mehr so viele leben das lass mal weiter da ist jemand scheiße ich bin tot ich mache ihn fertig scheiße der hatte komplette eisenrüstung christian bitte 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 nein ach das war der letzte alter sack ich dachte so plötzlich warum haust du mich ja ich dachte auch warum schlägst du mich und dann auf einmal ich dachte jemand mit einem eisenschwert oder stein ich glaube das war eisenschwert alter das war voll der suchti hier ich bin ja egal ich glaube wir können jetzt mal so ein schönes ende machen mit f5 und stelle ich nämlich so ok 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 und ich würde mich da bedanken fürs zuschauen abonniert doch mal mr cracky ich mache nichts für meinen abonnenten ja genau alle abonnieren gestern im live stream was cool haben mit mich ja schon 50 abos mehr bekommen ja komm wir stellen uns ineinander ja komm warte warte so warte komm noch ein bisschen noch ein bisschen jetzt liegen was denkt er wohl ja ok warte noch so dass es so aussieht als wären wir eine person so beinahe nee quatsch ja warte warte ich muss man ja nein du hast jetzt hast du dich gedreht jetzt muss ich nicht warte so nicht 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 so so egal ist mir egal ja ok ich bedanke mich fürs zugucken ich bin auch mr cracky abonniert ja bewertung kommentieren blablabla ihr kennt das alles und jo dann bis zum nächsten mal tschüss